Hallo, wie geht's Ihnen? Danke, gut! Ja, ich heiße Loki, ich komme aus Nigeria. Aus Nigeria? Ja, genau. Ich bin seit acht Monaten hier in Deutschland. Ich gehe in die Schule und jetzt kann ich ein bisschen Deutsch sprechen. Sie sprechen aber für acht Monate sehr gut Deutsch. Ja, genau. So jetzt, ich weiß, Sie sind Programmister und wir sind ein Team und wir machen ein Filmfestival. Ich denke, dass die meisten Flüchtlinge, die zu uns kommen, wirklich aus großer Not zu uns kommen. Viele kommen aus Ländern, wo Bürgerkriege sind, wo es Zerstörung gibt, wo sie aus ihren Häusern vertrieben werden. Aber manche müssen auch fliehen, weil sie verfolgt werden, weil sie die falsche Religion haben, weil sie politisch verfolgt werden oder andere Gründe. Ja, das liegt meistens daran, dass die Behörden in Deutschland noch Schwierigkeiten haben, die Abschlüsse, die sie haben, anzuerkennen, also die Vergleichbarkeit von Abschlüssen anzuerkennen. Beziehungsweise es liegt auch oft daran, dass wenn die Flüchtlinge sind, dass sie die Papiere gar nicht dabei haben, die bestätigen, dass sie schon in dem Land, wo sie herkommen, schon Abschlüsse haben. Was erwarten Sie von den Flüchtlingen? Ja, ich erwarte von den Flüchtlingen, die hier bleiben wollen, dass sie die deutsche Sprache lernen, so wie sie das machen. Also wenn man nach acht Monaten so gut Deutsch spricht, das finde ich sensationell, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich in Nigeria wäre, ob ich nach acht Monaten die Sprache so gut sprechen könnte. Also das ist die Voraussetzung dafür, dass alles andere auch klappt. Dass dann die Schule klappt oder dass es mit dem Beruf klappt oder dass man eine Ausbildung machen kann. Die Sprache ist der Schlüssel für alles. Ich komme im September, dann kommen Sie in die Harmonie, ins Kino. Mal schauen, wenn ich Zeit habe, komme ich gerne. Und Sie sind erst acht Monate hier. Ich kann Ihnen sagen, es war hier schon mal schöneres Wetter. Sie haben es noch nicht gesehen, aber es war hier schon mal schöner. Ja, danke schön. Bis bitte. Ja, tschau. Danke. Danke. Danke.